Hallo und willkommen bei einfach laufen. Einfach laufen, das wäre super, wenn wir das jetzt alle so einfach könnten. Und ich merke im Moment, brauchen wir einfach total viel Ausdauer, Kraft und auch guten Mut. All die Dinge, die man bei einem Marathon lauft, auch braucht. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, mach doch mal einfach mal ein Marathon-Tutorial. Also keines, wo es um sportliches Laufen geht, sondern eher um Lebenslaufen. Und beim Aufräumen, ich hatte letzte Woche Urlaub, da ist mir eine Karte in die Hände gefallen, die ich mir mal irgendwann gekauft habe. Und da stehen 15 gute Wünsche drauf, so Desiderata. Und die haben mich damals schon angesprochen und dann habe ich das weggepackt, weil ich dachte mir, hey, so viel, das kannst du eh nicht merken. Und jetzt habe ich mir mal überlegt, dass ich das so Step für Step einfach ein bisschen euch teilen, mitteilen möchte, mit euch teilen möchte. Und morgen geht es los mit dem ersten Step. Und da verrate ich euch noch nicht, was es ist, aber morgen ab 6 Uhr könnt ihr auch angedacht diesen Step sehen und hören und euch zu Herzen nehmen, in den Kopf packen oder wo auch immer hin. Und dann macht ihr eure Erfahrungen. Und wenn du Lust hast, einige von deinen Erfahrungen mitzuteilen, dann kannst du das kommentieren und die Kommentarfunktion benutzen. Oder du schreibst mir einfach eine E-Mail, das geht auch. Meine E-Mail-Adresse steht unten. Und ja, so geht es dann die nächsten Tage, dass ich immer Step by Step einen neuen Impuls gebe für einfach laufen, Hashtag Marathon. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann kannst du einfach diesen Kanal angedacht abonnieren. Ich habe eine eigene Playlist eingerichtet, sodass man das auch einfach nochmal nachhorchen kann, wenn man mal was verpasst. So, in diesem Sinne sage ich mal einfach Tschüss, alles Gute, Ciao. Das war angedacht mit Rüpp, was dein Leben reicher macht. Auf bald!